Du überlegst dir vielleicht einen E-Roller oder E-Motorer zu kaufen oder besitzt vielleicht schon eins, aber diese ganze Thematik rund um das Laden, wo kann ich laden, wie lade ich, welches Kabel brauche ich, welche Ladestation etc. etc. all das überfordert dich ein bisschen. Keine Sorge, genau dafür gibt es dieses Video. Alles was du zum Laden von E2-Rädern wissen musst, kommt jetzt, bleibt dran! E-Motorräder und E-Roller werden immer mehr zum Thema. Vor allem im urbanen Gebiet sind E-Roller so richtig am Vormarsch und die Sache bleibt aber, obwohl es langsam aus den Kinderschuhen entwächst und mehr und mehr standardisiert wird, mehr und mehr endnutzerfreundlich gemacht wird, dennoch so leicht wie beim Verbrenner zur Tankstelle hinfahren, Benzin rein und wieder wegfahren, so leicht ist es halt dann doch nicht. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt dieses Video hier, wo wir einfach in quasi vier kurzen, knackigen Fragen euch erklären, was man so grundsätzlich wissen muss und wie das grundsätzlich funktioniert, das Laden der E2-Räder. Bevor wir hier doch beginnen, gehören ein paar so Grundbegriffe geklärt, weil es lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man über dieses Thema spricht, dass gewisse Fachbegriffe, Einheiten halt genannt werden müssen und die sind vielleicht nicht immer ein Begriff, deswegen jetzt kurz einmal die Basics. Das Kilowatt ist prinzipiell bekannt auch schon vom Verbrenner, denn die Leistung wird da ja auch neben dem PS so in Kilowatt angegeben. Bei der E-Mobilität hat es aber eine noch prominentere Rolle das Kilowatt, denn sowohl die Ladeleistung, also wie viel Leistung, wie viel Strom kann ich aus einer Stromquelle beziehen, das wird in Kilowatt angegeben und auch die Batteriekapazität, eigentlich ist da ja die richtige Einheit die Amperestunden, aber es hat sich zwecks einer leichteren Umrechnung oder Berechnung und Zusammenspiel mit eben den Kilowatt der Ladeleistung hat sich die Kilowattstunde durchgesetzt. Ganz einfach erklärt, ich habe eine Batterie mit der Batteriekapazität von 10 Kilowattstunden zum Beispiel und ich weiß meine, die Ladeleistung meiner Stromquelle ist zum Beispiel zwei Kilowatt, zehn Kilowattstunden durch zwei, die Kilowatt kürzen sich quasi weg, wenn man sich noch an den Matheunterricht erinnert und übrig bleiben, nur mehr die Stunden, das heißt ich weiß ganz leicht, okay, fünf Stunden wird es dauern. In der Realität ist das natürlich nicht so, das war jetzt sehr salopp so formuliert, denn natürlich der Prozess des Ladens eines Akkus, ich sage es auch gleich vorweg, wir reden natürlich von Akkus, es sind alles Akkus, diese aufladbaren Batterien, aber man sagt halt trotzdem in der Umgangssprache Batterien, deswegen ich hoffe ihr verzeiht mir diese Ungeneuigkeit. Aber so eine Batterie, ein Akku werden nicht linear aufgeladen, sondern meistens ist es so zum Beispiel, dass bei 80% Ladestand wird dann die Ladeleistung oder wird die Ladung verlangsamt, es wird gedrosselt, um eben nicht den Akku zu überhitzen und möglichst auch schonend für die Batterie, für den Akku den ganzen Prozess zu beenden. Man weiß ja auch, diese Batterien bzw. Akkus haben eine gewisse Lebensdauer und die würde nochmal verkürzt werden, wenn da einfach Vollgasstrom bis zur 100% Aufladung reingepumpt werden würde. Die nächsten zwei technischen Begriffe, die auch noch öfter fallen, sind Wechselstrom und Gleichstrom. Die Techniker unter euch kennen das sowieso aus dem FF und kennen sich auch viel besser aus als ich. Auch vielleicht ist mal im Physikunterricht noch in der Schule gefallen, aber noch einmal zur Auffrischung. Wechselstrom, da wechselt die Spannung, sinusförmig sozusagen. Das heißt, der Strom hat mal 10 Volt, minus 10 Volt, 10 Volt, minus 10 Volt und der Gleichstrom ist, wie schon der Name vermuten lässt, gleichmäßiger. Die Spannung ist quasi konstant und das ist auch die Art von Strom, die die Akkus eigentlich möchten. Also das ist schon im Haushalt so. Größere Geräte, Fernseher etc. brauchen auch den Gleichstrom und genauso ist es auch dann bei den E-Fahrzeugen und deswegen zum Beispiel stellen auch Schnellladesäulen schon Gleichstrom zur Verfügung. Ist die Quelle keine Gleichstromquelle, wie zum Beispiel 230 Volt Haushaltssteckdose, die sogenannte Schuko, die hat ja auch Wechselstrom und hier und bei vielen anderen Stromquellen, wo Wechselstrom anliegt, muss das erst umgewandelt werden in Gleichstrom, damit der Akku dann damit geladen werden kann. Das ist ein wichtiges Detail, warum, werden wir jetzt dann erfahren. Und zu guter Letzt, bevor wir endlich zur letzten Frage kommen, eine Grundsatzregel, die man sich merken muss, damit man nicht dann, wenn man vor einem Problem steht, man sucht etwas, damit man nach dem Richtigen sucht, nämlich die Ladeleistung, die ich nutzen kann, wird immer vom schwächsten Glied in der Kette zwischen Stromquelle, Kabel und Endgerät bestimmt. Das heißt, es bringt mir nichts, eine riesen starke Stromquelle zu haben, wenn das Kabel oder das Endgerät damit gar nicht klarkommen können. So, jetzt sind wir bei den Basics am Ende angelangt und nun die erste Frage, wo kann ich mein E2-Rad denn überhaupt aufladen? Die erste Möglichkeit haben wir schon angesprochen, nämlich die Haushaltssteckdose. Und ich werde jetzt, um diese ganze komplizierte Thematik ein bisschen zu veranschaulichen, in der Hoffnung, das bringt euch was, werde ich meine zweifelhaften Zeichenkenntnisse bemühen. Also habt Gnade mit mir, ich bin echt nicht talentiert, aber ich denke mir, vielleicht reicht es, um so eine Steckdose darzustellen. Die Schuko, ich stelle es jetzt ganz einfach an, da als eine Schweineschnauze, man kennt es, man hat noch diese Ausbuchtung eigentlich hier auf den Seiten und da die Einbuchtung, das ist jetzt die Schuko, okay, das ist unsere Standardstromquelle im Haushalt, wird von den meisten Endgeräten genutzt und reicht auch für die kleinen Haushaltsgeräte gar kein Problem. Bei den E2-Rädern ist es dann aber schon komplizierter, wobei es hier halt auch stark auf das Fahrzeug selber drauf ankommt. Prinzipiell kann eine Schuko eine Ladeleistung von 2,3 Kilowatt maximal bereitstellen. Das ist für kleine E-Roller zum Beispiel auch genug. Es spielt auch die Ampere, also die Einheit für die Stromstärke hier eine Rolle, denn so eine Schuko ist ausgelegt für eine gewisse Stromstärke und die sollte auch nicht überschritten werden. Und jetzt kommen wir auch schon zum ersten wichtigen Punkt. Wenn ihr ein größeres E2-Rad bewegt, dann Achtung, es wird zwar oft vom Hersteller beim Kauf oder so eine sozusagen Notfallkabel mitgeliefert, was dann auch eben an die Schuko passt, damit man sein Fahrzeug so laden kann. Bei größeren Fahrzeugen ist aber das Problem, dass die sehr viel Strom ziehen und so eine Schuko ist aber nur ausgelegt für maximal 16 Ampere. Eigentlich sogar nur 10 Ampere Dauerbelastung, weil diese 16 Ampere sind so das absolute Maximum, was zwar kurz vielleicht mal anliegen darf bis zu diesen 16 Ampere, aber es ist nicht darauf ausgelegt, dass das dauerhaft da mit 16 Ampere so richtig viel Strom zieht. Die Gefahr ist, dass wenn man dann schon vielleicht ein bisschen ältere Stromleitungen hat, ein bisschen ältere, vielleicht schon leicht korrodierte Kontakte oder irgendwelche Übergangsstellen in diesem Stromkreislauf im Haushalt, das erhöht den Widerstand und ein höherer Widerstand bedeutet mehr Hitzeentwicklung. Und wenn da richtig viel Strom drüber rennt, dann besteht auch Brandgefahr. Deswegen sollten nicht, das hängt auch mit der Dauer des Ladezustands zusammen, es sollte nicht ein stark stromfressendes Gerät über so eine Schukuf auf mehrere Stunden hinaus geladen werden. Jetzt ganz banales Beispiel, jetzt kommen wir auch schon zu den Batteriekapazitäten. Es gibt zum Beispiel den Peugeot E-Ludix, ein ganz ein kleiner zierlicher E-Roller, dessen Batterie, die auch herausnehmbar ist, hat 1,6 Kilowattstunden Batteriekapazität. Da ist es überhaupt kein Problem, den natürlich im Haushalt einfach anzustecken. Wenn man aber zum Beispiel eine Energica E-Varibell fährt, deren Batterie 21,5 Kilowattstunden hat und entsprechend dann halt auch Strom saugt, da ist es dann nicht mehr so optimal. Besser wäre es hier, die nächste Stromquelle zu nutzen, nämlich, man kennt es vielleicht vom Campen, die blaue Steckdose. Die blaue, ich nenne es jetzt Camping-Steckdose, ist nämlich auch noch einphasig. Und dann haben wir hier noch zwei kleine, zack. Ob das ich so gut jetzt gemacht habe? Naja. Aber es schaut richtig aus, ungefähr. Das ist jetzt die blaue Campingdose. Sie kann man zum Beispiel auch noch verlegen in einem Haushalt, genauso wie ihre Schwester, nenne ich es jetzt einfach einmal, die rote Steckdose. Die rote Steckdose, die kennt man auch entweder vom Campen oder auch, wenn wer jetzt zum Beispiel eine Werkstatt oder sowas zu Hause hat, die Strackstrom-Steckdose. Sie bieten einerseits mehr Ladeleistung, sie schaffen mehr Kilowatt, das variiert ein bisschen. Also die blaue Steckdose, sie schafft bis zu 3,6 Kilowatt, also ein bisschen mehr als die Schuko. Und bei der roten Variante gibt es dann schon mehrere Kategorien. Es gibt einen mit 11 Kilowatt, einen mit 22 Kilowatt, hängt dann davon ab, welche man da verbaut hat. Der Vorteil ist, die kann man auch relativ unkompliziert auch sich zum Beispiel bei seinem eigenen Haus installieren. Vielleicht hat man sie eben schon zum Beispiel in der Werkstatt. Und hier könnte man dann auch, wenn man jetzt zur Not zum Beispiel kein großes Ladekabel hat, man hat es vergessen oder so, oder man lädt halt nur mit so einem Schuko-Kabel, also für die normale Haushaltssteckdose und möchte aber auf Nummer sicher gehen. Diese zwei Steckdosen sind wesentlich mehr abgesichert in Bezug auf stärkeres Strom beziehen, höhere Strom stärken. Das heißt, hier kann man dann zum Beispiel mit einem Adapter auch die weiterhin nutzen. Aber nicht jeder hat natürlich ein Haus zum Beispiel, wo man sich selber Steckdosen verlegen kann. Gerade Stadtbewohner, so wie ich, wo die Wohnung irgendwo dann im obersten Stock ist, man kommt ja nicht zu seinen eigenen Steckdosen. Also gibt es natürlich Ladesäulen. Und diese Ladesäulen oder Ladestationen, da gibt es auch mehrere Varianten. Ich zeichne die jetzt ganz salopp einfach nur so, mit einem Harry-Potter-Blitz. Und da gibt es die Typ, oh je, meine Schrift ist übrigens auch nicht schön genauso wie meine Zeichnerei. Aber es gibt Typ 1 Ladesäulen, Ladestationen und die schaffen 3,8 bis 7,2 Kilowatt Ladeleistung und haben eben den Typ 1 Ausgang. Das ist der Typ 1 Ausgang. Das war früher quasi ein Standard. Der kommt jetzt ein bisschen in die Jahre, gerade in Bezug auf E-Fahrzeuge, setzen wir dann eher auf Typ 2. Und auch dazu gibt es dann Ladestationen. So. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen, dass ich hier nicht zu weit runter komme. Typ 2 gibt es ebenfalls noch. Diese Ladestationen, die sind jetzt inzwischen schon fast weiter verbreitet und gibt es auch in unterschiedlichen Klassen oder Stärken, wie viel Ladeleistung zur Verfügung gestellt werden kann. Von 3,6 Kilowatt, 11 Kilowatt, 22 Kilowatt und in seltenen Fällen sogar 43 Kilowatt. Also da kann dann schon echt viel Strom, richtig viel Ladung oder Ladeleistung zur Verfügung gestellt werden. Und diese ab da, ab dem Typ 2, Oh, ich habe hier übrigens ein P vergessen. Legasthenie lässt grüßen. Ab da kommen wir nämlich zum neuen Standard, der sich jetzt etabliert hat. Ist inzwischen auch EU-weit als Standard für diese Steckertypen für E-Fahrzeuge definiert worden. Und der sieht ungefähr so aus. Mit zwei kleinen Kontakten hier und dann fünf große Kontakte. Naja, ist nicht schlecht geworden für meine Verhältnisse. Der Typ 2 Stecker ist eben so quasi der Standardstecker und der wird dann auch bei diesen Typ 2 Ladestationen gefunden. Und ab hier stellt die Ladestation selber dann auch den Gleichstrom zur Verfügung. Und für Fahrzeuge, die so richtig viel Strom brauchen, so richtig viel Strom sorgen. Mit großen Batteriekapazitäten gibt es dann noch den sogenannten Kombostecker und die eben Schnellladestationen. Der Kombostecker hat hier unten noch so ein elliptisches, ja, ich glaube es kommt rüber, wie es ausschauen soll. Die Seiten sollen eigentlich gerade sein. Aber prinzipiell, das ist der Kombostecker. Nimmt also den Typ 2 Stecker und setzt hier unten nochmal zwei Pole sozusagen dran, wo richtig viel Strom drüber fließen kann. Das ist für die ganzen Kombo und oder auch CCS genannten Schnellladestationen. Das kennt man dann erstens von vielen E-Autos, aber eben auch großen, starken Motorräder wie einer Harley-Davidson Livewire oder den großen Energica Modellen. Über diesen Stecker und über diese Schnellladestationen, da kann dann auch richtig viel Leistung drüber fließen. Da sind wir in unterschiedlichen sehr hohen Kategorien. 50 Kilowatt, 100 Kilowatt, 150 Kilowatt, 300 Kilowatt, 350 Kilowatt. Das ist bis jetzt so ziemlich das Maximum, wobei auch schon angekündigt wurde, dass es bald 450 Kilowatt oder sogar noch höhere Ladeleistungen, dass die noch zur Verfügung gestellt werden sollen bei solchen Schnellladestationen. Aber das ist ja nur die Stromquelle und jetzt kommen wir schon zur nächsten Frage, welches Kabel brauche ich denn, welchen Stecker brauche ich, um so etwas überhaupt nutzen zu können mit meinem Fahrzeug. Diese Frage ist zum Glück etwas schneller beantwortet als noch die Stromquellenfrage, denn der Kabelsalat, wenn man so möchte, der Anfangsjahre von der E-Mobilität, der ist inzwischen ein bisschen beruhigt, zum Glück, und es gibt eben mehr und mehr standardisierte Stecker, ein paar Relikte, wie zum Beispiel den Chardemo, ich weiß nicht mal wie man den ausspricht, so ein japanischer Stecker war das vor allem im E-Auto-Bereich, der ist auch schon langsam Geschichte, und es verengt sich. Bei den Kabeln ist es so, es braucht dann eigentlich doch nur zwei Typen von Kabel, um, ich zeichne jetzt hier, einfach sicher sehr elegant, unser Ziel, nämlich, das soll ein Roller sein, weil E-Roller sind in unseren Breitengraden noch immer, ha, vielleicht noch ein Blitz, damit das klar ist, was das ist. So, das ist unser Ziel, und um hier das richtige Kabel zu finden, muss man sich nur zwei Sachen merken, es ist nur wegen den Begrifflichkeiten und den Zahlen ein bisschen kompliziert, weil hier sprechen wir von Typ 1 und Typ 2, bei den Kabeln spricht man aber von Mode 2 und Mode 3, aber es ist dann doch weniger kompliziert, denn der Mode 2, das Mode 2 Kabel, ist für die Stromquellen, die Wechselstrom zur Verfügung stellen, denn wie gesagt, das haben wir schon angesprochen, der Wechselstrom muss erst umgewandelt werden in Gleichstrom, um unsere Batterie, unseren Akku aufzuladen. Und das funktioniert, kann funktionieren, durch die Ladestation selbst, aber viele Kabel, und das wird jetzt auch bemerkt, wahrscheinlich bei, glaube ich, zu ziemlich allen Kabeln, die man vom Hersteller beim Kauf des Motors schon bekommt, hat man hier in der Mitte des Kabels eine Box. Das ist die sogenannte ICCV, die In-Cable-Control-Box. Die ist dafür zuständig, dass sie eben überwacht, dass da die richtige Stromstärke fließt, die richtige Art von Strom, und daran erkennt man gut die sogenannten Mode 2 Kabel. Das ist eben für geringere Stromstärken, die sind ausgelegt für bis zu 32 Ampere, also bis maximal eigentlich zur roten Steckdose. Wenn es stärker werden soll, oder wenn man eben gleich zu den mit gleichstromliefernden Schnellladestationen kommt, dann braucht es ein Mode 3 Kabel. Und dieses Mode 3 Kabel ist eben dann ausgelegt für hohe Ladeleistungen, starke Stromstärken und kommt mit dem Typ 2 oder eben CCS-Kombostecker in Kombination. Jetzt kennen wir uns aus, was sind die Stromquellen, welches Kabel brauche ich, ganz pauschal gesagt. Gerade bei den Kabeln gibt es auch eine unfassbare Menge an Produkten, an Angeboten, was man sich da alles zulegen kann, noch mit extra Sicherungen, in verschiedenen Farben, spiralförmig gerade noch und nöcher. Aber wenn man weiß, nach welcher Art von Kabel man sucht, welchen Stecker es braucht, ist man schon gut dabei. Es kann aber schwer werden, sich vor allem wenn es um Schnellladestation zu finden, selbst wenn man weiß, wonach man sucht. Denn es ist nun mal so, gerade wenn es in Richtung höhere Ladeleistungen geht, dann sind diese Schnellladestationen oft eher selten oder sie sind zum Beispiel nur in irgendwelchen kostenpflichtigen Tiefgaragen verbaut. Auf der Straße, die wenigen, die es gibt, sind dann oft belegt oder eben eher von schwächerem Typ. Also es ist nicht ganz leicht. Wie finde ich eine Ladestation? Kleine Zwischenfrage. Da gibt es noch verschiedene Apps, zum Beispiel die ÖMTC ePower App kann ich empfehlen. Da hat man von allen Anbietern die Ladestation drinnen. Es gibt auch zum Beispiel vom ADAC eine Karte online, die man abrufen kann. Und wenn man dann vielleicht schon die Lieblingsmarke an Ladestationen gefunden hat oder weiß, okay, von dem und dem Anbieter oder Hersteller von Ladestationen, da passt das für mein Fahrzeug, dann bieten auch ganz viele von diesen Ladestationen-Anbietern eigene Apps, womit man dann sich noch ein bisschen gezielter hinsuchen kann. Und wie zahlt man? Zum Zahlen gibt es noch ziemlich viele Modelle. Es gibt zwar Bemühungen, dass das auch wieder noch ein bisschen standardisiert wird und vereinfacht wird. Jetzt ist aber gerade so, dass es sowohl von den einzelnen Ladestationen-Anbietern, also von quasi jedem Anbieter, verschiedene Modelle gibt. Teilweise funktionieren die mit Guthaben, teilweise mit einem Abo-Service. Es gibt dann auch Aktionen für übergreifende, also quasi von verschiedenen Anbietern übergreifende Produkte, auch oft mit sowas mit Aufladegebühren, dass man quasi sich so ein Konto auflädt und dann kann man halt dieses Konto verbrauchen. Aber bei gewissen Ladestationen gibt es sogar Kreditkarten. Also das ist sehr unabhängig und man kann nicht wirklich pauschal sagen, so zahle ich bei der Ladestation. Wie ihr seht, es braucht also ein bisschen ein schon noch immer ausprobieren. So intuitiv ist es nicht, dass man sich sofort wüsste, wenn man sich informiert selbst dann, ich muss dort und dorthin, weil so leicht ist es halt leider nicht. Was noch gesagt sein sollte ist, die meisten Straßenladestationen haben inzwischen einen Typ-2-Stecker, wie gesagt, der EU-Standard sozusagen. Es bleibt aber noch die nächste Frage, nämlich kann ich mit meinem E-Zweirad auch auf Urlaub fahren? Touren ist bei uns Motorradfahrern ja auch quasi essentiell und Touren bedeutet, man fährt weg von zu Hause, fährt weg von den dann vielleicht schon bekannten und beliebten heimatlichen Ladestationen. Und es gibt zwar viele, viele Länder, wo das Netz an E-Ladestationen genauso gut wie bei uns ausgebaut ist oder sogar noch besser. Aber wenn es vielleicht noch ein bisschen weiter weg entfernte Gefilde geht oder in Südosten Europas, kann es schon mal schwerer werden. Deswegen ist es ein guter Tipp, wenn man sagt, Adapter sind dein Freund. Für den Urlaub lohnt es sich nämlich auch ein Typ-1-Stecker oder ein Adapter, der zum Beispiel mein Typ-2-Kabel umstecken lässt auf einen Typ-1-Eingang. Denn wenn es keine Ladestation gibt, kann man zum Beispiel am Campingplatz sich sein Motorrad laden. Diese Adapter sind auch, es gibt auch eigene Kabel, die dann zum Beispiel gehen von Typ-1 auf Typ-2. Kann man sich, wenn man sagt, das ist einfach einfacher für mich, kann man sich auch zulegen. Aber Adapter ist halt hier die kostengünstige Variante. Und die kostengünstigste Variante ist dann die Wallbox. Und deshalb ist das die letzte und vierte Frage, lohnt es sich zur Wallbox zu greifen? Wer von Wallbox noch nicht gehört hat, das sind in unterschiedlichster Form und Farbe Kästen, grob gesagt, die man sich zu Hause installieren kann. Und das ist dann quasi die private Ladestation. Aber auch hier gibt es eine irrsinnige Breite an Geräten und ein paar Sachen, die man wissen sollte. Prinzipiell, was sind die Vorteile einer Wallbox? Der Strom ist billiger, der Komfort ist größer, weil es halt direkt zu Hause ist und auch die Sicherheit ist größer. Denn Wallboxen sind mit unterschiedlichsten Features ausgestattet. Das hängt jetzt stark von der Wallbox an. Denn nicht nur variiert stark die Ladeleistung zum Beispiel, sondern auch wie viele Sicherheitsfeatures hat man drinnen, wie viele Komfortfeatures etc. etc. Deswegen gibt es auch eine sehr breite Preisspanne. Zwischen 400 und 2000 Euro, so um den Daumen, kostet so eine Wallbox ohne Installation. Und die Installation, die darf man auch nicht selber machen, sondern es ist vorgeschrieben, dass man eine Wallbox von einem Fachbetrieb installiert, weil Strom doch relativ heikel ist. Gewisse Sicherheitsfeatures hat so eine Wallbox aber immer. Deswegen ist auch die Sicherheit eben größer. Sie ist darauf vorbereitet, auch starke E2-Räder zu laden und deswegen kann man da noch sich recht gut sicher sein, dass dann da es nicht zu irgendwelchen Unfällen oder technischen Gebrechen kommen kann. Wobei zu 100% natürlich kann man nie sicher sein. Die Ladeleistungen von so einer Wallbox eben variieren auch stark. Es gibt einphasige zum Beispiel, die haben dann eine Ladeleistung von bis zu 4,6 Kilowatt. Aber es gibt auch dreiphasige, so wie wir dann hier bei den größeren Typ 2 und CCS Steckern es auch haben. Und die schaffen zwischen 11 und 22 Kilowatt. Die Empfehlung von den meisten Ratgebern und auch von mir ist, wenn man sich eine Wallbox zulegen möchte, dann hier zur 11 Kilowatt Wallbox greifen. Denn ja, 22 bietet mehr Ladeleistung, könnte also theoretisch schneller laden, wenn das Fahrzeug das überhaupt verträgt. Aber ab mehr als 11 Kilowatt Ladeleistung braucht es eine Genehmigung. Denn dann wird so viel Strom aus dem Stromnetz gezogen, dass erstmal der Netzbetreiber checken muss, verträgt das lokale Stromnetz überhaupt so eine Beanspruchung. Bei 11 Kilowatt Ladeleistung ist noch alles gut, braucht man keine Genehmigung. Man muss sie zwar anmelden, also es gibt eine Anmeldepflicht für alle Wallboxen. Wenn man das aber gemacht hat, ist es gut. Man lässt sich die Wallbox installieren, schaut eben je nach Wunsch, Budget und welcher Stecker ich schon für mein Motorrad brauche. Dass man sich dann vielleicht gleich das passende für mein Kabel, was ich vielleicht schon besitze, dazu holt. Und schon kann man sich die Wallbox installieren lassen. Und somit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses 1x1 des Ladens der E2 Räder. Egal ob ihr jetzt einen kleinen E-Roller mit herausnehmbaren Akkus besitzt oder ein richtig großes starkes E-Motorrad. Ihr werdet es über eines dieser Stromquellen laden. Und wenn man es zusammenfasst, was sollt ihr jetzt aus diesem Video mitnehmen? In Summe, zuerst einmal den Grundsatz. Das schwächste Glied bestimmt, wie gut ich meine oder wie schnell ich meinen Akku laden kann. Deswegen, bevor man sich etwas anschafft, logisch überlegen, was habe ich für ein Fahrzeug oder möchte ich mir für ein Fahrzeug zulegen? Was braucht dieses Fahrzeug? Und passt mein Kabel und die Stromquelle, die ich gedenke zu verwenden, passt das alles zusammen? Zweitens, für private Ladestationen, also die sogenannten Wallboxes, es reicht ein 11 Kilowatt System. Man braucht nicht zum stärksten Greifen, 11 Kilowatt braucht man keine Genehmigung und ist noch immer stark genug, damit man über Nacht, weil da lädt man ja dann das E-Fahrzeug, wenn es zu Hause steht, meistens, damit man es so einfach anhängen kann. Für öffentliche Ladestationen vor allem lohnt es sich zu merken, mit einem Mode 3 Kabel und Typ 2 Stecker bin ich in einem Großteil der Fälle am besten beraten. Das ist einfach der neue Standard und wird inzwischen schon an den meisten Ladestationen verwendet. Wenn ihr dann aber in Urlaub fahren solltet, denkt dran, vielleicht braucht es gar kein neues Kabel. Es gibt relativ kostengünstige Adapter, die dann zum Beispiel das Typ 2 auf Typ 1 umstecken und dann könnt ihr es auch am Campingplatz oder vielleicht bei einer Unterkunft, wenn die einen Starkstromanschluss haben, einfach so das Fahrzeug laden. Und jetzt komme ich schon zum Schluss, aber man muss ja sagen, es bleibt noch immer eine komplexe Thematik und das bisschen Recherche und die paar Erfahrungen, die ich mit Testmotorrädern gesammelt habe, die können natürlich euch, die vielleicht so ein E-Fahrzeug besitzen und das tagtäglich nutzen, das kann eurer Erfahrung nie das Wasser reichen. Und deswegen jetzt meine Bitte an euch, wenn ihr wollt, dass dieser Guide wem was bringt und ich vielleicht noch irgendwelche wichtigen Details vergessen habe, ab in die Kommentare, damit Leute, die eben gerade sich informieren wollen, auch eure Erfahrungen nutzen können. Ansonsten lasst mir einen Daumen hoch da, wenn das hier hilfreich war. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und pfiat euch! Baba!